So, dreimal Pizza zum Mitnehmen. War das für Sie? Ja, genau. Dreimal Pizza Hawaii, richtig? Ja, Pizza Hawaii, dreimal. Dreimal Pizza Hawaii, schön. Oh, haben Sie da einen Kontrabass? Ja, das ist ein Kontrabass. Entschuldigung, wenn ich frage, aber sind Sie Japaner oder Chinese? Ich bin Chinese. Chinese mit dem Kontrabass. Und die drei Pizza Hawaii, sind die für Sie oder? Oder warten draußen zufällig noch zwei Kollegen auf Sie? Richtig, Kraten. Wir sind drei. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und was machen Sie so, bevor Sie da in mein Lokal reingekommen sind? Wir saßen auf der Straße und erzählten uns was. Lassen Sie mich raten. Vorher ist an die Polizei gekommen und die haben gesagt, ja, was ist denn das? Und dann haben Sie gesagt, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Sicherlich. Ähm, wollen Sie auch was zum Essen bestellen? Hallo, möchten Sie auch was zum Essen bestellen? Nein, nein, danke. Ich bin nur sein Bruder. Bruder Jakob. Der Bruder Jakob. Genau der. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Und wer sind Sie? Mein Name ist Butzemann. Bi, ba, Butzemann. Ja, genau. Na, überarbeitet, gestresst und mit den Nerven am Ende? Dann nehmen Sie Nervalgin. Mit Nervalgin sind Sie in Nullkommanix wieder auf Zack. Entschuldigung, wir sind Hänsel und Gretel. Wo geht's denn, der Bütchen zum Liebkuchenhaus? Einfach die Straße runter und dann die zweite links. Danke. Nervalgin und Sie sind wieder Herr der Lage.